Beyond the Infinite Two Minutes stammt aus dem Jahre 2020, hat eine Lauflänge von nur circa 70 Minuten und eine Freigabe ab 12 Jahren. In dem Film geht es um Kaffeebesitzer Kato, der hat einen Fernseher in seinem Café und einen Computer, Bildschirm, Monitor in seinem Zimmer oberhalb des Cafés. Die sind miteinander verbunden und durch irgendeinen Grund kann man über diese beiden Geräten zwei Minuten in die Zukunft und auch in die Vergangenheit sehen. Das bekommen auch seine Freunde mit und wollen das Ganze für sich ausnutzen, um natürlich hier Profit zu schlagen. Aber Kato merkt schon, dass es nicht gut ist, die Zukunft zu kennen und dann auch zu verändern. So viel einmal ganz kurz angeschnitten zum Festival-Hit des letzten Jahres 2021. Er wurde auf mehreren Festivals gezeigt, der Film. Er freute sich dort großer Beliebtheit. Der Film ist in Echtzeit gedreht, deswegen dann auch wahrscheinlich nur 70 Minuten. Und man hat so dieses One-Take-Element hier mit eingeführt von Anfang bis zum Ende. Man hat also das Gefühl, der Film ist in einem Take gedreht und kommt ohne Schnitte aus. Das Ganze ist natürlich nur ein Trick. Man hat längere Passagen hier abgefilmt. Das bedurfte natürlich großartiger Timing-Arbeit. Man hat hier auch mit Stoppuhr immer alles gefilmt. Und ist man da nur ein paar Sekunden aus dem Takt gekommen, musste man von vorne anfangen, damit man diese Echtzeit eben wahren kann und diesen Abstand von zwei Minuten. Also doch sehr aufwendig das Ganze, auch wenn der Film mit ganz einfachen Mitteln gedreht ist. Im Abspann sieht man das Ganze, wie der Film teilweise mit dem Handy gefilmt wurde und einem Gimbal. Tatsächlich hat man hier aber auch noch eine Kamera benutzt, die am Handy dran gemacht wurde, die so klein ist wie ein Tamagotchi. Und damit kann man ganz nah an die Schauspieler rangehen, ihnen somit ständig über die Schulter gucken. Und diesen Look haben wir auch immer die ganze Zeit von Anfang bis zum Ende. Man ist immer ganz nah mit dabei. Die Kamera geht rein und dann fährt sie dann auch wieder raus. Also das ist eine sehr hervorragend, sehr knifflige Arbeit, die hier getätigt wurde, macht aber richtig Spaß. Die Lauflänge ist sehr kurz, aber da kommen dann auch keine großartigen Längen auf. Wir haben einen sehr witzigen, charmanten Humor. Der Film ist clever, der Film ist intelligent. Ihr fasst dieses Zeitreisethema sehr gut auf, behandelt auch ernstere Themen hier. Und man kann der ganzen Logik auch wirklich, vor allem bei einigen Filmen denkt man, wie soll das jetzt wirklich funktionieren oder wie soll das jetzt klappen oder so. Das wird in diesem Film aber super erklärt, finde ich, und macht auch richtig Spaß. Natürlich gibt es auch etwas an Kritik. Man muss wissen, dass hier hauptsächlich Schauspieler engagiert wurden, die normal im Theater tätig sind. Und das merkt man dann auch an ihrer Gestik. Wenn sie hier spielen, also es wird sehr viel gestikuliert. Ihr kennt das vielleicht von manchen asiatischen Filmen hier. Ab ad absurdum getrieben, vielleicht auch mit Absicht. Aber es ist schon sehr viel auch Overacting teilweise dabei von den Gesichtszügen. Das muss man mögen. Wenn man damit nicht klarkommt, dann wird man hier wahrscheinlich nicht viel Spaß haben. Dann hat man eine Synchronisation. Dafür kann der Film aber nichts. Aber im Deutsch ist das Ganze so ein bisschen wie der Erklärbär auch von den Erzählstimmen. Wie eine Kindersendung, wo einem dann was erklärt wird. Es wird ja auch sehr viel erklärt, wie das Ganze mit den Zeitreisen und der ganzen Logik und hin und her funktioniert. Auch mit diesem Butterfly-Effekt und allem drum und dran. Das ist gut. Aber das hat so ein bisschen auch so eine Erzählstunde. So ein bisschen was von einer Erzählstunde. Das wären aber eigentlich auch schon meine einzigen beiden Kritikpunkte. Ansonsten ist der Film wirklich, wie schon erzählt, charmant, witzig, clever, intelligent gemacht. Und auch viele Zeitschleifenfilme haben ja das Problem, dass wenn sich die Sachen wiederholen, dass es dann schnell langweilig wird. Das hier ist aber sowas von clever gelöst und macht richtig Spaß, dass da wie gesagt keine Langweile großartig aufkommt. Wer also Filme wie zum Beispiel One Cut of the Dead mochte, die eben hier in diesem One Take gedreht wurden in Echtzeit mit cleveren Twists und Handlungen und so. Hier haben wir keinen brutalen Film. Das ist einfach eine witzige Komödie, die sich mit der Thematik beschäftigt. Was passiert, wenn man die Zukunft weiß? Und es stellt sich dann ja auch hier heraus, es ist nicht gut, die Zukunft zu wissen, weil die Zukunft dann einen im Handeln beeinflusst und auch gefangen hält. Also dieses Thema wird hier herausgearbeitet bei dem Film auf witzige und charmante Art und Weise. Und von daher ist es für Filme, die den Stil halt mögen, die auch gerne asiatische Filme mögen, die auch den Humor mögen, hier mit dieser Gestik und Theatralik, mit dieser ab und zu schon großartigen Overacting auch klarkommen. Dann kann man den Film definitiv Leuten weiterempfehlen. Denn ab dem 10. Juni ist der Film dann verfügbar auf DVD und auch im Blu-ray und DVD-MediaBook. Wer da einfach mal einen Blick wagen möchte, der kann das eigentlich schon ab jetzt machen. Denn bei Amazon kann man sich das Ganze schon ausleihen für 4,99 Euro, streamen oder dann auch in HD kaufen. Wer sich für den Film interessiert und jetzt wissen möchte, was hat das MediaBook zu bieten, tja, der bleibt jetzt dran, denn ich zeige euch in einem kurzen Unboxing, was hier alles im MediaBook enthalten ist und was das gute Stück zu bieten hat. Wie bei der Busch Media Group üblich, kommt das MediaBook erst mal mit so einem Deckblatt auf der Vorderseite daher, wo wir das IFSK-Logo mit aufgedruckt haben. Und das Ganze war hier diesmal nur mit zwei Klebepunkten angebracht. Also es werden schon weniger, das ist schon mal löblich. Nimmt man das Ganze ab, hat man dann hier ein schönes MediaBook im Hochglanz mit einem tollen Motiv, was die Thematik des Films sehr gut widerspiegelt. Der Druck ist wirklich sehr gut und hier dann auch natürlich jetzt dann FSK-Logo frei. Ich gebe das Ganze mal nach oben. Hier sehen wir unseren Hauptcharakter und hier haben wir dann auch diesen Effekt, ein Bild, ein Bild, ein Bild, ein Bild, ein Bild. Und dann haben wir dann auch noch hier schöne Uhr, die eben diese zwei Minuten widerspiegeln sollen und da möchte er eingreifen, während er hier gerade aus dem Bild rauskommt. Also die Thematik hier sehr gut eingefangen mit diesem Artwork. Dann gucken wir uns den Spine an, der ist ziemlich bunt diesmal. Hier haben wir unseren Hauptcharakter Kato, dann haben wir hier schön unseren Titel zentriert und unten haben wir dann noch das Bush Media Group Logo. Auch das hier sehr gut von der Schärfe her und bei solchen glänzenden Media Books kommen die Farben einfach viel besser rüber, das ist klar. Auf der Rückseite haben wir hier dann ein Szenenfoto, viele Sprüche hier mit draufstehen, die uns den Film noch schmackhafter machen wollen. Dann haben wir eine Inhaltsangabe, ein paar Setfotos und die Credits sowie die technischen Daten. Auch das hebe ich euch selbstverständlich einmal hier noch kurz ins Bild. Und hier unten habt ihr dann die technischen Daten der Blu-Ray. Der Film dauert circa 70 Minuten. Wir haben eine deutsche und japanische Tonspur TTS HD 5.1 und deutsche Untertitel. Hier unten haben wir dann auch noch die Limitierungsnummer. Limitiert ist dieses Media Book auf 3000 Stück und ich habe die Nummer 393. Dann schlagen wir das Ganze einmal auf, haben hier eine schön gelabelte Disc. Die hat so dasselbe Motiv wie hier vorne drauf. So schaut das Ganze aus. Das Booklet ist wie immer typisch hier mit eingeklebt. Und dann haben wir dann ein schönes mattes, mattglänzendes Fotopapier. Schön dick und von der Qualität her recht ordentlich, muss man sagen. Von der Gestaltung her sind die Booklets von Bush Media Group ja immer richtig großartig. Macht Spaß. Teilweise schlicht, teilweise verspielt, je nach Film. Textlich vom Inhalt habe ich mir das Ganze durchgelesen. Sehr interessant. Hier ein paar Hintergründe eben zum Thema Zeitreisen. Ja, Stephen Hawkins kommt hier auch zu Wort und sein letzter Brief, den er noch veröffentlicht hatte. Finde ich sehr gut, dass man sich damit beschäftigt. Auch mit anderen Filmen, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Was für Unterschiede es gibt und welche Parallelen. Auch das finde ich sehr gut. Von der Bühne zum Kino, das habe ich angesprochen in meiner Kritik, dass man hier eben ein paar Theaterschauspieler hat. Manchmal wird das Ganze schon arg theatralisch, um ein Wortspiel hier mal zu benutzen. Dann eben um Wurmlöcher und der Droste-Effekt. Eben alles zum Thema Zeitreisen und dann haben wir hier eben noch die Hintergründe, warum Cato nichts über die Zukunft wissen möchte und was die Zukunft bringen wird. Ja, auch wenn wir hier ein etwas dünneres Booklet haben, als gewöhnlich muss ich sagen, strotzt es nur so vor Informationen, Hintergrundinformationen und weiterführenden Gedanken. Also das ist großartig. Man hat es auch gesehen, es gibt hier keine großen Leerstellen oder Sonstiges. Also dieses Booklet ist inhaltlich auch wieder mal ein absolutes Highlight und bringt definitiv einen Mehrwert. Hier hinten haben wir die Quellen und dann haben wir hier auch noch die Rückseite in Zusammenarbeit mit Deadline. Und den Text hat Ruven Limatz geschrieben, wenn ich das Ganze jetzt hier richtig ausgesprochen habe. So viel möchte ich noch erwähnen, weil wie gesagt, das Booklet selbst hat mir hier richtig gut gefallen. Dann haben wir hier hinten noch die DVD mit am Start und darunter dann dieses Motiv eben noch. Also soviel dann einmal dazu zum Media Book zu Beyond the Infinite 2 Minutes. Also meine Freunde, das soll es gewesen sein mit Beyond the Infinite 2 Minutes. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald und Servus.